Hier! Nein! Das fällt mit in die Hand, das gibt's gleich im Kameramann. Die Brille kannst du auflassen, die kannst du oben abgeben. Wenn du ohne Brille auch gut siehst, wenn du die wieder außen steckst. Das streckt aber mehr. Schuhe sind schön fest zu. Okay, wir kommen jetzt am besten nach hinten, für mich. Ja, 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 ich. So reicht, glaube ich. Ja? Ja. Alles klar. Das ist genau mit der Tür. Das ist genau mit der Tür. In der Tür, in der Tür, in der Tür. In der Tür, in der Tür. Na, ja, ja. Wichtiger. In der Tür, eine Tür, Stimmt, 20 Meter, in der Tür, in der Tür, in der Tür, Nachher hast du ein Rote Brot. Auf die Fetze! Kasper und Spiel рассказ am Rote Brot Jika Rote Brot 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 Siehst du hier noch, wenn sie geschnitzt hat? Sie kommt gar nicht da unten. Die Kuchen liegt. Ja, das weiß ich. Ja, ich... Das ist alles nur mit dir. Jetzt reicht's aber. Das ist jetzt ein schönes Bild. Ja. 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 Ja.